Die Aktienmärkte fallen, weil die Zinsen steigen. Warum steigen die Zinsen? Nun, aufgrund der himmelhohen Inflation einerseits und andererseits, weil die großen, dicken Käufer die Wale in der Badewanne als Käufer wegfallen. Nämlich die FED ist bereits weggefallen als Käufer von Staatsanleihen. Die wird im Gegenteil ihre Bilanzsumme reduzieren, indem sie auslaufende Anleihen einfach eben auslaufen lässt. Und die EZB, die wird das Ganze im nächsten Quartal tun, also keine Staatsanleihen mehr kaufen. Wenn also ein ganz großer Nachfrager nicht mehr im Markt ist, dann ist es sozusagen eine Unterstützung weggefallen für die Zinsen, respektive eine Bremse für ansteigende Zinsen fällt weg, sodass dann eben die Zinsen respektive die Renditen weiter steigen können. Was bedeuten wiederum steigende Zinsen? Steigende Zinsen machen Geld teurer. Wenn Geld teurer wird, ist weniger Liquidität im Markt. Wenn weniger Liquidität im Markt ist, dann fallen die Kurse. Das ist genau das umgekehrte Szenario, das wir jahrelang mit Intervention der Notenbanken gesehen haben. Die haben eben Staatsanleihen gekauft, haben damit die Zinsen nach unten gedrückt. Damit wurde Geld billiger, damit wurde die Liquidität mehr. Und Aktienmärkte reagieren vor allem auf Liquidität, sodass die Aktienmärkte gestiegen sind. Also das ist jetzt das Gegenteil dessen, was vorher passiert ist. Und gestern, ganz konkret, war die Laune ja eigentlich ziemlich gut an den Aktienmärkten der Wall Street, bis dann die 10-jährige Staatsanleihe über die Marke von 3% geklettert war, nach Aussagen von Goldman Sachs, dass die Fed wohl in der Lage sei, hier praktisch ihren aggressiven Zinsanhebungsplan durchzuziehen, ohne dass die Wirtschaft in eine Rezession fällt, nämlich die US-Wirtschaft. Das ist gelinde gesagt ein bisschen optimistisch, aber sei es drum. Man steht andächtig vor solchen Aussagen und wundert sich, aber es wird eben gespielt. Jedenfalls, und das ist eben der Fall, fällt mit der Fed jetzt der große Nachfrager für US-Staatsanleihen weg, damit jemand, der einen weiteren Anstieg der Renditen hätte wirksam unterbinden können. Hier sagt Mohamed El-Erian, das ist weniger wegen eines positiven Wachstumsausblicks für die Wirtschaft, dass die Renditen, also die Zinsen steigen, sondern eben die Erwartungen vor den so wichtigen Daten zur US-Inflation am Freitag. Da gibt es einige Argumente, warum die runtergekommen sein könnte, andere, nämlich vor allem der Ölpreis, sprechen dagegen. Jedenfalls sehen wir, dass der S&P 500 da sehr deutlich dann von seinen Hochs runtergekommen ist. Wir haben hier teilweise 80 Punkte oder 0,8% verloren in sehr schneller Zeit, sind doch deutlich zurückgekommen, nur noch knapp im Plus geschlossen. Der Nasdaq war schon 2% im Plus, ist dann nur noch ganz leicht im Plus aus dem Handel gegangen. Also wir sehen, das hat die Märkte durchaus erschreckt. Gestern dann auch starke Emissionen, 12 Investment-Grade-Anleihen wurden platziert am Markt. Das heißt, da ist wahnsinnig viel Angebot und die Nachfrage verteilt sich da ein bisschen ungleich. Jetzt ist natürlich die Situation auch die, wenn jetzt die Renditen steigen für Staatsanleihen, also die Zinsen steigen, dann ist dieses Tina-Prinzip letztendlich tot, dass er sagt, es gibt keine Alternative zu Aktien. Naja, wir haben jetzt also 3% Rendite bei der US-10-jährigen Staatsanleihe und wir haben auf der anderen Seite 1,34% an Dividendenrendite beim S&P 500. Also es gibt dann eine Alternative und so sehen wir diese Bewegungen. Die Märkte sind faul geworden. Free money allows you to discount the present value of future cash flow to infinity. Genau das ist passiert. Richard Fischer, ehemaliger Dallas-Fed-Chef, der gestern auf Sie ein bisschen Klartext gesprochen hat und gesagt hat, das ist vorbei jetzt hier diese Party, wo man sozusagen sagt, naja, selbst wenn die Unternehmen jetzt keine Gewinne machen, kaum Umsatz machen, irgendwann wird das schon passieren. Aber es geht die Geduld weg mit diesen Geschäftsmodellen, die faktisch nicht funktionieren, sondern nur große Versprechen abliefern. Eben weil Geld jetzt teurer wird und dann sieht man, dass etwa im Startup-Bereich viele Investoren jetzt nicht mehr bereit sind, neue Finanzierungsrunden hier durchzuziehen. Ich selber bekomme zum Beispiel extrem viele Mails von irgendwelchen App-Anbietern, die eine App auf den Markt schmeißen und sagen, naja, wir wollen jetzt möglichst viele Nutzer bekommen. Dann frage ich die, ja, wo ist denn euer Geschäftsmodell? Womit verdient ihr Geld? Ja, derzeit verdienen wir kein Geld, aber wenn wir ganz, ganz viele Nutzer haben, dann können wir irgendwann vielleicht Geld verdienen. Das funktioniert natürlich alles im nur unwahrscheinlichsten Fall und das sind jetzt so die ersten Opfer, die über den Jordan gehen. Die kriegen kein Geld mehr, weil jetzt eben Liquidität wertvoll ist, weil Eigenkapital King ist, weil Cash King ist, in einer Situation, in der die Liquidität durch Anstiege von Zinsen verknappt wird. Und wir sehen, Richard Fischer hat also klar gesagt, die FED muss das jetzt erstmal durchziehen und wir sehen, die Rate-Hike-Expectations hier unten im Chart sind deutlich gestiegen. Ja, Cash-Free-Boom. Hier sehen wir mal Ende 2020, wie viel Prozent der US-Firmen faktisch negative Net Earnings haben. Also wenn man die Inflation abzieht, dann sind die negativ. Die haben also vielleicht Gewinne, aber die sind geringer als das, was durch die Inflation wieder aufgefressen wird. 62 Prozent waren es Ende 2020. Im Jahr 1970, als wir vor einem inflationären Jahrzehnt standen, waren es nur 18 Prozent. Das heißt, wir haben so viele Unternehmen, die entweder massiv verschuldet sind oder faktisch kein Geld verdienen, was aber nicht so schlimm zu sein scheint in Zeiten, in denen sowieso alles mit Liquidität zugeschüttet wird. Jetzt wird es ein Problem, dementsprechend werden diese Firmen unter Druck kommen und einen leider notwendigen Bereinigungsprozess innerhalb des Kapitalismus einläuten, wo ineffektive, unproduktive Firmen letztendlich aussortiert werden. Zugunsten derjenigen, die produktiv und effektiv sind, dann können wieder Ressourcen und Kapital und andere Dinge eben in diese effektiven, produktiven Firmen fließen und nicht in die Firmen, die eben all das nicht aufweisen werden. Hier hat jetzt Mohammed El-Erian sich nochmal geäußert und gesagt, ja, die Inflation wird wahrscheinlich runterkommen in den nächsten Monaten, aber sie wird nicht so deutlich runterkommen. Wir werden also erhöhte Inflationsraten haben, sehr wahrscheinlich. Und vor allem, wir sehen, dass sich diese Inflation ein bisschen in der Breite verstetigt, also nicht nur einzelne Bereiche wie Energie sind. Apropos Energie, jetzt hat etwa Goldman Sachs seine Prognose für den Ölpreis angehoben. Ebenso Morgan Stanley, jetzt auf 150 Dollar die Prognose angehoben. Und wenn wir jetzt mal kurz auf die Aktienmärkte blicken, was sagt Morgan Stanley? Und hier erwartet man im August ein Kursziel von 3.400 Punkten. Das wären gut 600 Punkte weniger im S&P 500 als derzeit. Und Goldman Sachs weist darauf hin, dass bei dieser Rallye, die wir gesehen haben, wohl 1,4 Billionen durch Privatinvestoren reingeflossen ist, die jetzt einen durchschnittlichen Kaufkurs im S&P 500 bei 4.150 Punkten haben. Die liegen also schon ein bisschen zurück. Es ist also eine Retail-Investor-Rallye, die wir hier gesehen haben. Es ist also eine Rallye der schwachen Hände. Und meine Prognose ist, dass wir jetzt nochmal nach unten ditschen. Entweder das Tief nochmal einstellen, das wir im Mai gesehen hatten, oder vielleicht sogar einen Ticken drunter gehen. Dann werden die Privatinvestoren mit blutenden Händen abdrücken und dann werden die Dickfische kaufen. Denn sie wissen, dass die FED irgendwann umsteuern muss, dass sie so nicht weitermachen kann. Nochmal zurück zum Ölpreis. Und das ist der Hauptgrund, warum die Inflation hoch bleiben dürfte. Wir sehen jetzt, dass wir 108 Prozent im Ölpreis annualisierte haben zulegen können. Das gab es nur zweimal zuvor. Noch krasser, nämlich 1999 und 1974. Also wir sehen diesen dramatischen Anstieg im Ölpreis. Und wir sehen, das sieht man auch an den Tankstellen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA. Wir sind jetzt schon knapp unter 5 Dollar für die Gallone. Das sind der 27 Cent Anstieg in den letzten neun Tagen. 6 Prozent in neun Tagen, das ist üppig. Und man braucht jetzt schon sehr viel mehr Geld, um praktisch einen Tank voll zu machen. Nämlich 36,80 Dollar mehr als im Vorjahresmonat. Also das ist schon eine ziemlich heftige Geschichte. Und das nehmen die Amerikaner sehr persönlich in gewisser Weise. Hier sehen wir mal, wie stark konkurrieren der Preis an den Tankstellen und der Preis eben, respektive das Vertrauen der Bevölkerung, das Konsumentenvertrauen hier angemessen von der Uni Michigan. Da sehen wir, es gibt einen klaren Zusammenhang, relativ gleichlaufend. Je höher die Benzinpreise an der Tankstelle, umso schlechter die Stimmung. Weil das für die Leute im Prinzip das Symbol ist, wo sie merken, boah, es geht mir echt ans Portemonnaie. Ja, da kommt jetzt dann Janet Yellen gelaufen und sagt, ja, ich habe mich geirrt in Sachen Weg des Feuers, also wie das Feuer sich entwickeln wird. Aber jetzt werde ich hier jede Aktion machen, um das Problem zu lösen. Man sieht dann hier ein Ehepaar, dessen Haus bereits schon abgebrannt ist durch die Inflation. Das bringt es so ein bisschen auf den Punkt, Janet Yellen musste ja kürzlich eingestehen, dass sie sich irrt in Sachen Inflation. Und warum will die Fed unbedingt diese Inflation nach unten kriegen? Schlichtweg, weil so oder so eine Rezession kommt, wenn die Inflation in den USA über 5% ist. Hier sehen wir das, dunkelgrau gestrichelt, hier Rezessionen. Und immer, wenn wir über 5% waren, dann kam kurz danach eine Rezession. Die Erklärung ist relativ simpel. Die Leute müssen ihren Konsum einschränken, konsumieren weniger, nehmen damit sozusagen weniger im Wirtschaftsleben teil. Wenn immer mehr Menschen weniger im Wirtschaftsleben teilnehmen, dann wird die Wirtschaftstätigkeit geringer. Und so kommt es eben zu einer Rezession. Kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Wir sehen hier den Nasdaq Composite, der eine potenzielle Schulterkopf-Schulterformation aufweist, mit einer negativen Divergenz, sowohl im RSI als auch in der Stochastik. Wir sehen hier mal einen potenziellen Entwurf, wie der S&P 500 weiterlaufen könnte. Wir haben ja jetzt diese impulsive Rally gesehen. Die hat Schwierigkeiten, hier weiterzukommen. Wir dürften erst mal vor einer Korrektur stehen. Möglicherweise mit der Herausnahme noch mal der Tiefs, die wir im Mai gesehen hatten. Beim S&P 500 waren das 3.800 und ein paar zerquetschte Punkte. Das könnte also durchaus noch mal sein. Vielleicht unterbieten wir dieses Tief noch mal kurz. Und dann könnte ein Boden gefunden sein. Nein, aber noch glaube ich eben nicht, dass der Boden gefunden ist, dass da durchaus noch Potenzial nach unten ist. Wir sehen vor allem, dass die großen Dickfische, die großen zehn Firmen in den USA, dass deren Anteil an den Gewinnen deutlich geschrumpft ist, was dann letztendlich dazu führt, dass die Bedeutung und vor allem die Gewichtung dieser Aktien schrumpfen muss im S&P 500. Was wiederum bedeutet, dass hier möglicherweise ein paar Prämien in Sachen Bewertung mal wieder ausgepreist werden müssen. Wir sehen vielleicht so eine Art Shift, so eine Art Wandel jetzt der Investoren weg, nur sich praktisch auf diese Zielsentwicklung zu fokussieren, sondern vor allem auch auf die Earnings, die jetzt bald kommen. Man könnte durchaus davon ausgehen, dass wir eine Earnings Recession sehen, also dass wir rückläufige Gewinne gesehen haben. Wir haben ja jetzt schon einige Gewinnwarnungen gesehen in letzter Zeit. Also das dürfte sich jetzt eben häufen, weil einfach die Kosten für die Unternehmen zu hoch sind. Das Umfeld allgemein sehr schwierig ist für die Bullen. Ein Trost sind die sogenannten Buybacks. Es sind noch nie so viele Buybacks angekündigt worden wie für 2022. Allerdings möchte ich hier einwenden, ist diesmal in Frage zu stellen, ob die auch alle realisiert werden. Denn die Firmen werden merken, dass Cash King ist, dass Eigenkapital King ist, dass sie dann möglicherweise besser damit fahren, nicht die eigenen Aktien zurückzukaufen, sondern dieses Cash erst mal als Sicherheitspuffer irgendwo belassen und nicht sozusagen rausfeuern. Das wäre meine Prognose, dass wir in diesem Jahr weniger eigene Aktienrückkäufe sehen, als eben angekündigte wurde. Das dürfte ein Muster sein, weil eben dann ein gewisses Sicherheitsbedürfnis nochmal greift und sagt, hey, besser jetzt mal die Füße stillhalten und nicht gleich die Aktionäre wieder verwöhnen. Aber es ist zumindest etwas, was die Märkte tendenziell unterstützen kann. Aber wir sehen, wenn Geld teurer wird, dann leiden besonders eben die Firmen, die ein schönes Modell an Zukunftsvisionen haben, aber eben wenig Realität in der Gegenwart, nämlich die Non-Profitable-Tech-Unternehmen. Hier sehen wir 33% im Minus in diesem Quartal. Das ist der schlechteste Wert ever. Kommen wir nochmal kurz nach Deutschland, meine Damen und Herren. Auch hier sind wir ja durchaus mit Inflation geschlagen. Jetzt hat Müller, Chef der Netzagentur, gefordert, Gas wird noch knapper und noch teurer werden. Wen wundert es, wenn wir parallel aus der Kohle und aus der Atomkraft aussteigen, dann brauchen wir Gas als praktisch Parallelsystem zur grünen Energie, also zu Wind und Solar, weil wenn da Dunkelflaute ist, dann brauchst du praktisch eine komplette Infrastruktur, die du dann hochschalten kannst. Und das geht mit Gas relativ schnell. Also wir dürfen uns weiter auf steigende Gaspreise einstellen. Wir sehen, dass jetzt die Schulden etwa Italiens, Griechenlands und Spaniens in Relation zu ihrem BIP höher sind als damals 2012 auf dem Hochpunkt der Euro-Krise, als der Euro zu scheitern drohte. Und wir haben jetzt gewissermaßen ein Nightmare-Szenario, wie die Angelsachsen es sehen. Wir haben nämlich eine extrem hohe Inflation in Deutschland, vor allem in Deutschland. Italien etwas geringere Inflation, ja by the way. Aber wir sehen, dass die italienischen Renditen deutlich steigen, eben weil die EZB sich verabschiedet als Käufer. Und das ist natürlich eine Situation, die dann die Renditen italienischer Staatsanleihen steigen lässt. Dann gibt es noch eine Notenbank, die ähnlich absurd argumentiert wie die EZB. Das ist die Bank of Japan. Und wir sehen der Yen mit neuem Tief, 20-Jahres-Tief, 132, ein paar zerquetschte Dollar-Yen heute. Also der Yen wird durchgereicht, wird abverkauft, weil sich die Bank of Japan weigert, hier praktisch ihre Geldpolitik der letzten 30 Jahre zu ändern. Und das angesichts eines monetären Klimawandels, der angeführt wird von der Fed. Aber es sind ja viele andere Notenbanken, die das auch tun. Und hier sehen wir mal Rewe etwa. Da darf man nur noch bestimmte Mengen nehmen. Etwa eine Nudelpackung oder auch andere Produkte darf man nur noch sehr begrenzte nehmen. Das hat teilweise mit den Russland-Sanktionen zu tun, teilweise aber eben auch nicht so wahnsinnig viel mit den Russland-Sanktionen zu tun. Aber wir sehen, wir sind in einer Mangelwirtschaft tendenziell, wenn Sie im Supermarkt hier praktisch nicht mehr Nudeln bekommen. Ich habe neulich hier jemanden getroffen, den ich kenne, eine Dame, die sehr gestopft ist, auf Deutsch gesagt, die es materiell sehr, sehr gut geht. Und sie kam aus dem Supermarkt raus, aus Edeka raus und sagte, ich durfte nur zwei Nudeln mitnehmen. Und das heißt, das ganze Geld, das bringt ihr nichts mehr, weil im Zweifel darf sie halt nur noch begrenzt kaufen. Das bringt vielleicht die Dinge so ein bisschen auf den Punkt. Abschließend noch zwei Artikel, meine Damen und Herren, die in diesem ganzen Kontext extrem relevant sind. Erstens, warum die Zeit für ein Investment bei US-Staatserleihen kurz bevor steht, noch sehen wir, dass die Renditen steigen und das könnte durchaus noch so weitergehen. Aber irgendwann, irgendwann muss die Fed sozusagen einen System-Crash verhindern und muss umsteuern. Irgendwann, in nicht allzu fern in Zukunft, wird die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen. All das begünstigt dann später Fallen der Renditen. Warum, lesen Sie hier in diesem wunderbaren Artikel von Hannes Zipfel. Und dann das Umfeld, der Fed mit dem Softlanding, der US-Wirtschaft, S&P 500 und Nasdaq, Bärenmarkt-Rallye und der Traum vom Softlanding. Das ist der zweite Artikel, also zwei Artikel unter dem Video verlinkt. Absolutes Muss. Jetzt entlasse ich Sie in diesem Dienstag. Servus und ciao. Das ist der zweite Artikel.